Die Konstantin-Basilika Der monumentale Ziegelbau entstand um das Jahr 308 n. Chr. Er war geplant als kaiserliche Palast-Aula. Heute gilt der Bau als Prototyp eines romanischen Kirchenbaus. Zusammen mit den Kaiserthermen, dem Zirkus und den umliegenden Vorhöfen und Nebengebäuden bildete sie das Kernstück des kaiserlichen Palastbezirks. Das rechteckige Langhaus mit seiner runden Absis hat die Maße 67 x 28 m. Die Höhe beträgt 32,6 m. Die Mauerstärke variiert zwischen 2,70 m und 3,40 m. Indem sie die Fenster der Absis zur Mitte hin kleiner werden ließen, haben die römischen Baumeister geschickt die Perspektive ausgenutzt. Die Halle wirkt dadurch noch länger. Den Gesandten und Bittstellern, die die Halle durchschreiten mußten, um vor den Kaiser zu treten, dürfte der Weg so noch länger vorgekommen sein. Die Basilika ist weltweit der größte erhaltene Einzelraum aus der Antike. Für den Bau der Basilika ließ Kaiser Konstantin eigens 1,5 Millionen Flachziegel aus den Pyrenäen und Nordafrika nach Trier schaffen. Ein enormes Unterfangen bei den damaligen Transportmöglichkeiten. In römischer Zeit war die Basilika von zahlreichen Nebengebäuden eingerahmt. Im Gegensatz zu heute war der Innenraum zur Zeit Kaiser Konstantins prunkvoll ausgestattet. Der Bodenbelag bestand aus Marmor. An den Wänden reichte die Marmorvertäfelung bis hinauf zu den Gesimsen. Darüber zierten Fresken und Stuck die Wände. Fußboden und Wände waren beheizbar. In den mit Goldmosaiken ausgekleideten Nischen standen große Marmorstatuen. In der Absis befand sich erhöht auf einem Podest der Thron des Kaisers. Die rötlich schimmernde Palast-Aula Konstantins diente den römischen Kaisern fast 100 Jahre lang als Thronsaal und Kulisse für Audienzen und Zeremonien. Aus Angst vor germanischen Überfällen verlegten die römischen Kaiser 392 ihre Residenz von Trier nach Mailand. Die Basilika verfiel. Unter den merovingisch-fränkischen Königen wurde die inzwischen dachlose und ausgebrannte Ruine zu einer festungsartigen Palastanlage umgebaut. Um das Jahr 1000 erhoben die Trierer Erzbischöfe Besitzansprüche auf die Anlage. Schließlich konnten sie sich durchsetzen. Unter der Herrschaft der Bischöfe wurde der einstige Thronsaal des römischen Kaisers zusammen mit den Nebengebäuden zu einer Burg mit Zinnen und einem Bergfried umgebaut. Drei Jahre vor Ausbruch des Dreißigjährigen Kriegs ließ Kurfürst Lothar von Metternich Teile der Südwand und die gesamte Ostwand abtragen, um Platz für ein neues Schloss im Stil der Spätrenaissance zu schaffen. Die Reste der Basilika waren Teil des viergeschossigen Wohnflügels vom kurfürstlichen Hof. Als Trier nach dem Wiener Kongress preußisch geworden war, bestimmte König Friedrich Wilhelm IV., dass die römische Basilika in ihren ursprünglichen Dimensionen wieder aufgebaut werden muss. Das heutige Aussehen geht zurück auf die Restaurierung nach den Bombenschäden im Zweiten Weltkrieg. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel-Mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos.